Gitarre spielen lernen in 10 Minuten. Super, aber unmöglich. Wer das erzählt, möchte einfach nur ein bisschen reißerische Werbung betreiben, damit die Leute auf ihre Seite gehen. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber es ist nicht möglich, in 10 Minuten ein Instrument zu lernen. Ich kann dir wohl beibringen. Ein paar Akkorde, E-Moll, E-Dur, A-Moll, vielleicht auch noch ein C in 10 Minuten. Mit dem schnellen Wechseln, das ist dann schon wieder ein Thema für sich. Aber es ist nicht möglich, in 10 Minuten ein Instrument zu lernen. Das ist ja gar nichts. Und ich kann auch noch so talentiert sein, das ist vollkommen egal. Es muss geübt werden, um ein Instrument spielen zu können. Das wäre genau das gleiche mit einer Sprache. Angenommen, wir machen jetzt mal Englisch. Dann kann ich in 10 Minuten leicht und locker beibringen. Yes, no, hello. Kann ich deswegen die Sprache sprechen? Sicherlich nicht. Wir bieten auf unserer Seite sehr, sehr viele Gitarrenvideos an. Und wenn du interessiert bist, schau doch einfach mal auf unsere Seite. Das ist www.lf-music-institute.com See ya! Und wir gehen ja jetzt mal auf unsere Seite. Dann gehen wir da. Dann gehen wir da. Vielen Dank.